Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starhula mit mir Tritaid. Ja, wir waren gerade dabei uns ein bisschen weiter auszubreiten, ein bisschen rumzugucken. Wir sehen hier vorne schon ein paar andere Imperien, hier so angedeutet, die sind natürlich größer als das hier vorne, die Systeme, die wir mit unserem Scout schon gesehen haben. Wir gucken hier einfach so ein bisschen rum, expandieren fröhlich weiter und erfreuen uns dabei unseres Tollseins. Aber ihr seht, wie ich schon sagte, wir müssen gucken, dass wir nach hinten eine klare Grenze ziehen. Und ich würde sagen, wir ziehen sie hier. Heute, wir sollten gucken, dass wir schnellstmöglich diese Systeme hier vorne vollständig kolonisiert kriegen. Weswegen jetzt diese Gems hier vorne schon mal kolonisieren werden und dieses... ...Fayside hier... Ne, das ist Iron. Und dieses Iron kolonisieren werden. Und dann senden wir beides zur Heimatwelt, weil wir da irgendwas damit anfangen können, das sind ja wie neue Ressourcen. Damit wir diese Systeme schon mal sehen und wir müssen auch gleich gucken, dass wir uns die sichern. Obwohl ich in Wirklichkeit das hier vorne ganz gerne... Lass mal gucken. Wir wollten das hier hinten noch zu einer Level 4 Welt machen. Eine Level 4 Welt benötigt vier Level 2 Ressourcen, daran haust du nicht ganz oft. Und wir haben hier vorne eins, zwei, drei, vier. Das heißt, wir kommen hin mit einer zweiten Level 4 Welt, aber wir können diese Level 3 Welten hier vorne dann nicht nutzen. Level 3 Welten brauchen nämlich... ...eine, oder? Ja, eine. Galaxy, oder? Warte, wir haben eins, zwei, drei, vier. Ja, also das vorne kann wir dafür nicht benutzen. Ähm, und wir haben hier zwei Level 3 Welten. Das heißt, wir hätten in Wirklichkeit ganz gerne noch zwei weitere Level 2 Welten. Was bedeutet, dass wir die beiden Systeme eigentlich auch noch ganz gerne hätten. Wobei das hier vorne schon zu spät sein dürfte, aber zumindest das hier hätten wir eigentlich ganz gerne noch kolonisiert. Ähm, aber naja, irgendwann müssen wir auch Krieg erklären und dann ist es wahrscheinlich eine Zeit, die hier unten zu holen. Würde ich jetzt einfach mal meine Einschätzung abgeben. Aber wir sollten gucken, dass wir hier vorne zumindest schon mal eine klare Grenze ziehen, indem wir dieses System vollständig kolonisieren. Denn das hält den Feind in der Regel davon ab, dass der hier reinkommt. Wenn wir jetzt hier vorne einen Planeten freilassen, dann hier einen freilassen und hier einen freilassen für eine Weile, expandieren die irgendwann hier mal weiter rein. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt leider auch, obwohl das ziemlich sinnfrei ist, gucken, dass wir hier hinten den Riegel vorschieben. Und alles in näherer Zukunft. Also, ich hätte ganz gerne jetzt eigentlich mal Scouts. Wir haben doch Scouts hier überall rumfliegen. Hier ist einer und der andere. Da hinten, na, nee, weißt du was, wir haben ja doch... Ah, wir haben einen Titan, sehr schön. Weil der Titan darf jetzt bitte refresh Support Fleet erstmal. Das heißt, er zieht all diese ganzen Support-Schiffe, die hier sind, ein. Ist aber noch lange nicht genug. Ähm, das heißt, wir kaufen noch weitere Beam-Chips. So 48, würde ich jetzt einfach mal sagen. 4, 8. Biled. Und, ähm... Auch noch 15 von denen hier. Ah, nee, können wir nicht. Ich habe kein Geld mehr. Schade. Und damit ist der Titan dann jetzt hier vorne schon ordentlich stark. Aber wir machen einfach mal weiter. Und... Nein, wir machen erstmal nicht weiter. Wir gucken erstmal, dass wir nicht im totalen Collapse liegen und holen uns weitere Level-2-Welt, damit wir hier eine Level-4-Welt hinkriegen. Ähm, was bedeutet, dass wir die jetzt kommunisieren sollten und wir wollten nehmen das hier und wir wollten nehmen das hier. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Jewelry nehmen. Ne, wir werden das hier nehmen. Ähm, um das als Level-2-Welt zu etablieren, brauchen wir zwei Wasser, drei Food und eine Level-1-Ressource. Als Level-1-Ressource nehmen wir Explosives. Nein, nehmen wir nicht Explosives. Als Level-1-Ressource nehmen wir... Nehmen wir dieses Plastik. Plastik, kronisieren. Und außerdem nehmen wir noch dieses Food hier vorne. Und diesen Fisch hier vorne. Brauchen drei oder vier? Äh, drei. So, Food, Fisch und dann noch eine Nahrung. Ähm, ein Planet wäre jetzt ganz toll, da müssen wir nämlich keine Megafarm bauen. Und dann diese Nahrung. Und dann brauchen wir nur noch zwei Wasser. Zwei Wasser finden sich auch relativ schnell. Wir haben ja Kometen. Dann hätte ich ganz gerne einen Kometen, wenn wir hier hin. Ah, können wir noch nicht. Wir können aber nachher, ähm... Wir wollen ja einfach sagen, dass wir... Ein Wasser, das in meiner... Das Wasser hier vorne, das wird an die Welt jetzt noch geliefert. Das plane ich schon mal für hier hinten ein. Und setzen einen Kometen, der das hier vorne macht. Kometen nehmen wir hier mit der Energie, kostet 300 Energie. Dann wird dann eine Wasserquelle hinzugefügt, will ich aber eher auf meinen Hochlevel-Welten haben. Prinzipiell. Und woher beziehst du dein Wasser? Du beziehst dein Wasser von... Hier. Du wirst dann bitte an dieses Plastik hier vorne weiter gleitet und der Komet kommt wieder und rettet uns unsere Medizinwelt. Und damit haben wir dann das jetzt schon mal aufgesetzt. Ähm... Du hier vorne kriegst auch noch an dem Food, das ich jetzt kolonisiere, diesen Apfel und dieses Fleisch. Und exportierst dann bitte zu unserer Heimatwelt und du hier vorne kriegst diesen Fisch. Und exportierst nach hier und damit wäre das dann auch aufgesetzt und wir können uns in Wirklichkeit jetzt schon um die Typen kümmern. Und dann bitte noch Heavy Gun Chips adden. Und zwar lassen wir sagen, erstmal so... Passen 50? Ich glaube nicht. Passen 25? Äh... Okay, es passen 13. Ähm... Dann machen wir bitte minus 3. Remove. Und bauen dann den Rest mit Gun Chips. Ähm... 10 bitte. Milit. 10 passen. Passen sogar 20 insgesamt. Milit. So. Ah, naja, okay. So, dann haben wir da unten eine ganz süße kleine Flotte, wenn die fertig ist. Das geht jetzt auch ziemlich schnell. Wir haben ja ordentlich Labor Generation. Äh... 24. Man sieht, die expandieren jetzt auch ins Wasser, aber es dauert immer länger. Wir haben Universitäten schon. Wir sind ja schon zweiten, äh... Trade Station im gleichen System. Und dann haben wir hier unten einen Titan, der in der Lage ist, es mit dieser behinderten, hinterbliebenen Flotte hier oben aufzunehmen. Und sie endlich mal kalt zu machen. Ähm... Hatten wir eigentlich nicht mal ein Economic Material? Ah ja, hatten wir schon geholt. Aber ich hätte ganz gerne eigentlich noch mehr Economic Material als Asteroiden. Liegen hier irgendwo noch welche rum. Hier ist ein Peckham Asteroid. Wenn du gar nichts anderes zu tun hast, kannst du ja eigentlich den auch holen. Also gucken erstmal, wenn ich noch irgendwo eine tolle Sache finde. Hier unten das Wasser. Den Wasser könntest du mal bauen. Oh, meine Wassermining Base. Oh, du pickst das bitte ab. Ähm... Denn Wassermining Bases kosten erstmal nichts. Und sind nicht so schlecht jetzt in dieser Phase, wo das Wasser knapp wird. Dann bitte diesen Economic Materials. Und du, ähm... Lassen schon mal da in die Anstiegsstrange. Ähm... Also den kannst du, nachdem du das hier vorne aufgesammelt hast. Ähm... Hier runterfliegen. Und den angreifen. Hier ist Iron. Iron Bull. Ja, wollen wir irgendwann mal haben, aber jetzt noch nicht. Hier ist jetzt unser Titan. Äh, unser wunderschönes, tolles, neues, großes Flagship. Und das ist jetzt gerade, mit dem wir vorne auskämpfen. Wir haben zwei Laser, ein Raketenwerfer. Also im Prinzip ja gar nicht mal sowas Schlechtes. Ansonsten... Äh, naja... Das ist kein weltzu schlechter Bauplan. Ähm... Auf jeden Fall besser als der, weil der ist nur 96 groß. Das heißt, wir sind einfach mal schlicht ergreifend doppelt zu groß. Und deswegen wird der da vorne jetzt auch ziemlich schnell vernichtet werden. Mit hoffentlich geringen Verlusten. Wir haben erst drei Schiffe verloren. Wir müssen mal daran denken, um mit dem Dreadnought und unserem, äh... Hauptschiff hier vorne da mal, äh... zu reparieren. Irgendwann. Und weil unsere ganzen Expansionen jetzt schon fertig sind, können wir auch schon direkt damit beginnen, diese Jewelry-Welt hier vorne zu kolonisieren. Und dann, äh... Gleichzeitig damit, äh... Diese Welt hier vorne zu kolonisieren. Und... Dann haben wir ein Wasser. Das heißt, wir brauchen noch ein weiteres Wasser. Äh... Hat sie hier... Und noch eins. Nein, haben wir nicht. Das heißt, unsere liebe Heimatwelt, äh... Wir brauchen noch ein günstiges Wasser, das irgendwie gerade schön liegt. Das heißt, wir machen noch hier vorne eine Mining Base hin. Sparen wir uns den Kometen. Wir haben so viel Energie dann auch nicht. Und, ähm... Die sind nicht wirklich das Ideale, aber... Die sind immer noch besser, als dann irgendwie später ohne irgendwas dazusitzen. Ähm... Die sind halt einfach deutlich teurer, als wenn ich den Planeten besetzen würde. Von den Kosten her. Wir können eigentlich diesen Fisch hier hinten nehmen. Die bin ich gerade gar nicht mal abgeneigt. Dann expandieren wir so ein bisschen weiter noch. Ähm... Wir nehmen halt diesen Fisch hier hinten noch. Und diese Fruit hier. Wenn die noch frei sind. Äh... Die Fruit ist nicht frei. Und der Fisch sieht aber auch nicht mehr frei aus. Denn wir haben bei beiden nicht die Bestätigung gekriegt, dass wir die jetzt kolonisieren wollen. Das heißt, wahrscheinlich ist hier schon ein anderes Imperium. Was dazu führt, dass wir jetzt auch sofort diese ganzen Sachen hier vorne kolonisieren werden. Aber das bedeutet, dass wir für diese Textilien hier vorne, ähm... Ähm... Nun ja... Unsere Heimatwelt, äh... Stark plündern müssen. Also die kriegen, äh... Wasser von Kometen und eine eigene Megafarm. Nur damit wir so ein bisschen Textilien kriegen. Und ich glaube, es lohnt sich trotzdem, weil Textilien eine Geldressource sind. Und, ähm... Ist jetzt schon alles aufgesetzt? Nein, es ist noch lange nicht. Äh... Du kriegst das Fisch, du kriegst... Ähm... Für Wasser wollten wir... Für Wasser wollten wir die Asteroiden nehmen. Das heißt, dieses Wasser hier vorne geht an dich. Und, ähm... Ich hätte ganz gerne mal meine Kamera zurückgesetzt. Die habe ich gerade ein bisschen verdreht. Äh... Für dich hier vorne haben wir Wasser von der anderen Mining Base, die wir gerade bauen. Wie lange brauchst du noch? 15 Sekunden. Und dann kriegst du hier vorne eine Foodfabrik. Und unsere andere Welt da unten. Das hier vorne geht wirklich nicht? Nein, geht wirklich nicht. Dann kriegt unsere Welt hier unten leider auch noch eine Foodfabrik. Äh... Wo bist du, Jewelry-Welt? Hier bist du. Sehr klein. Das ist doof. Wobei, naja, wir haben Städte. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11... Ja, passt. So viel wollen wir auf die Welt ja nicht draufbauen. Wird zwar einen Großteil einnehmen, aber hier vorne... Ja, hier hätten wir eigentlich einen Platz dafür gehabt. Aber wir wollen auf beide nicht wirklich viel draufbauen. Insofern ist es eigentlich egal. Und wir können inzwischen mal ein bisschen forschen. Ich hätte ganz gerne Happiness. Mit einer Influencer-Zeit für... Wir können keine von unseren Sachen hier momentan benutzen. Ich hätte ganz gerne mal ein bisschen so in Military Sciences reingeforscht. Wobei, nee, wir warten noch, dass wir hier vorne Demokratie freigeschaltet haben. Demokratie ist eine ganz geile Sache. Du kommst bitte zu meiner Heimatwelt. Ähm, dieses Wasser hier. Ähm, du hier vorne hast schon Wasser, oder? Ähm, du hast Wasser. Ja, das heißt, das Wasser hier vorne ist das für die Textilien. Und die Textilien bauen sich außerdem bitte eine Megafarm nach... Hier vorne. Das dauert jetzt eine Weile, ähm... Wie lange genau? Megafarm dauert vier Minuten. Aber das ist also zeitlich gesehen nicht wirklich ideal. Aber, naja, es geht halt nicht anders. Das ist hier, wenn wir machen, eine Megafarm nach da oben. Man sieht, die nimmt einen großen, großen Teil des Planeten ein. Aber, naja, wir haben keine Wahl. Okay, unsere Zeiten hier vorne hat erfolgreich den Kampf gewonnen. Wir haben nur vier Schiffe verloren. Und können dann jetzt diese Mining Base hier vorne nehmen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Wurde ja von einer relativ starken Flotte bewacht. Müsst ihr jetzt mal gucken. Äh, wird das schon gebaut? Ja, wird schon gebaut, obwohl der Planet manchmal wirklich fertig kolonisiert war. Das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, und unsere neue Textilienwelt hier vorne kriegt jetzt einen Kometen verpasst und baut sich eine Megafarm, bitte. Und exportiert dann nach Hause. So. Export of Textiles. Wobei, die Textilien hier vorne müssen wir eigentlich nicht unsere Heimatwelt belasten. Die können wir auch genauso gut zu unserer Medizinwelt hier vorne exportieren. Wo die uns dann im Endeffekt die Nahrung bringen, ist irrelevant. Und, äh, naja, die hat halt einfach noch die Pressure Cap frei. Und dann müssen wir das nicht verschwenden. Äh, genauso mit diesem... Die ist, ähm... Was wollen wir uns jetzt noch? Ja, mir... Fuck, ich hab mich verklickt. Warum hab ich denn Voltaire Materials? Das will ich nicht. Naja, okay, Voltaire Materials sind nicht ganz so schlecht, wenn man ein paar davon auf Vorrat hat. Das haben wir hier vorne eigentlich. Power Cell, Spionage, Probe, Komet und Telescope. Die Power Cell hätte ich ganz gerne mal hierfür. Das bringt jetzt nämlich, dass der hier vorne, äh, also effektiver wird. Aber wie sieht das eigentlich in der Diplomacy aus? Wir haben schon wieder so einen Haufen Zeug hier. Ganz gerne Name Flagship. Und dann hätte ich ganz gerne das United Research Center. Und dann würde ich ganz gerne das Senatsgebäude mal ausrufen auf meiner Heimatwelt. Das dauert, kostet nämlich sechs Einflusses vorzuschlagen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es durchgeboxt kriegen. Bedeutet, wir sollten auch noch irgendwie... Ah, fuck. Hoffentlich ist hier jetzt... Ja, hier sind ein paar Negoschi jetzt dabei. Gehen wir jetzt zehn hierfür aus. Das ist zwar Wucher, aber, okay. Wir haben nicht wirklich die Wahl. Wenn irgendwelche gegen stimmt, müssen die auch irgendwas machen können. Aber es sieht nichts aus, als ob die wirklich gerade so wahnsinnig interessiert daran wären. Ah, ne, wir haben die Volta Materials gekriegt, weil wir die hinten eingenommen haben, okay. Wo ist sonst noch eine hinterbliebene Flotte, die ich gerne aus dem Weg räumen würde? Nirgends. Das heißt, doch hier vorne. Du kommst bitte und schaltest den hier aus mit unserer Dreadnought. Wo ist der? Der kann sich dann ja mit den schwächeren Flotten beschäftigen. Du nimmst den hier hinten und danach kannst du dann diese schwächere Flotte hier vorne ausschalten. Ähm, die hier vorne sitzen wahrscheinlich wieder, ja, wir sitzen wieder in einer Mining-Base. Und dann haben wir hinten noch zwei schwache Flocken, die nehmen wir dann halt nachher. Ähm, ich hätte ja ganz gerne eigentlich mal gewusst, was da hinten so abgeht. So ein Teleskop kostet nur 150. Wir machen das mal nach hier. Ja, hier ist das grüne Imperium. Das hat sich hier voll aufgebaut und dann haben wir hier jetzt eine ganz klare Grenze. Und uns gehört dann im Großen und Ganzen dieser Spiralarm hier. Das System hier hinten haben wir noch nichts geholt, aber das machen wir irgendwann noch. Ähm, wir wollten hier unten noch eine zweite Level 4 Welt aufbauen. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Und unsere Abstimmung läuft momentan ziemlich gut. Das freut mich. Außerdem kriegen wir hier unten Berge an Support-Schiffen. Weil wir hier jetzt inzwischen schon zwölf Defense-Pressure haben. Was auch ziemlich geil ist. Ähm, Factory sticht hier vorne so krass raus. Das finde ich richtig lustig. Ähm, ja. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Wir haben hier an Level 0 Ressourcen sehr viel Aluminium. Wir haben Phase-Site. Phase-Site können wir nehmen und dann irgendwo anders hinschicken. Du hier vorne hast, glaube ich, noch drei Pressure frei, oder? Phase-Site bringt aber nochmal drei. Ne, bringt sogar nur zwei. Dextrilien hier vorne bringen und wie viel Pressure? Die bringen Money 3. Das war klar. Das Phase-Site hier unten bringt zwei weitere. Das wird kolonisiert und danach hier exportiert. Dann ist die Welt beschäftigt. Voll. Äh, das Aluminium hätte ich eigentlich alles ganz genau bei einer Heimatwelt konzentriert. Genauso wie das Pack-Helm. Ähm. Was haben wir sonst noch so? Wir haben nicht so wahnsinnig viele Level 0 Ressourcen. Das ist auf der einen Seite nicht wirklich gut, aber auf der anderen Seite auch eigentlich ganz toll. Äh, das Phase-Site hier vorne kommt dann bitte noch. Hier, du hast den Platz. Ja, du hast den Platz. Du kannst noch hier. Äh, ich habe jetzt die ganze Zeit nur nach dem Pressure geguckt. Hast du den Platz um die ganzen Gebäude? Ja, ist dumm. Du hast den Platz. Und unsere Mega-Farm sind fertig. Was bedeutet, dass... Oh, fuck. Ich habe gerade irgendwas weggeklebt, was eventuell... Ah, sehr schön, wir haben gewonnen. Das heißt, äh, der Sitz des intergalaktischen Senats ist hier. Ähm, wird das irgendwo angezeigt? Ähm, sind wir... Ja, wir haben da vorne so ein Symbol hier. Äh, wir sind Level 3. Level 4 fehlt noch. Was brauchst du denn noch, meine liebe Jewelry? Eine Level 1 Ressource. Ähm, habe ich... Oh, ich habe dir noch nicht gesagt, dass die exportiert werden soll. Dann bitte das nach hier exportieren. Und dann die Jewelry zu unserer Heimatwelt exportieren. Ähm, und dann haben wir hier jetzt die Möglichkeit, ein Wunder zu bauen. Und ich hätte ganz gerne... Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ähm, wir haben 3 Wunder, die ich gerne nehme. Wir haben die Fleet Academy. Das heißt, alle unsere Floppen sind doppelt so stark. Wir haben das Galaktische Parlament. Äh, dann kriegen alle Abstimmungen, die wir starten. Plus 14 Bonus. Und wir haben das Intelligence Super Network. Dann sehen wir die gesamte Galaxie. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier die Fleet Academy. Und werden dann später hinten, wenn das noch frei ist. Weil Fleet Academy nimmt die KI sehr gerne. Die ist prinzipiell schneller weg. Wir wissen halt, wir haben 5 Wunder in prinzipiell sehr großem Spiel. Also da müssen auch noch einige nachgeliefert werden. Und dann gucken wir mal, ob wir hinten noch das Intelligence Super Network frei haben. Da glaube ich aber nicht wirklich dran. Das wäre halt ganz geil, weil dann sehen wir alles. Und das ist ein gigantischer taktischer Vorteil. Aber naja, alle Flotten sind doppelt so stark. Das ist auch ein großer taktischer Vorteil. Und ich bin fast versucht, jetzt einfach die Massenkommunisation auszurufen. Und das hier hinten instant zu Level 4 zu machen. Mal gucken, was bräuchten wir denn so alles, um das zu machen. Wir brauchen für eine Level 4 Welt. Erstmal machen wir das Ganze Level 1. Also wir brauchen ein Wasser und ein Food. Das Wasser nehmen wir von einem Asteroiden. Heimatwelt, du hast jetzt ziemlich viel arbeiten müssen. Wir gucken erstmal sämtliche... Wie viel Wasser brauchen wir insgesamt? Mal gucken. Also wir brauchen... 1, 2, 5. Dann brauchen wir... 9. Wir brauchen... Wir brauchen... 13 Wasser. 13 Wasser müssen wir irgendwo herkriegen. Also erstmal gucken, wie viele Wasser... Asteroiden haben wir denn so insgesamt zur Verfügung. Wir haben insgesamt... 1 Wasser. Wir haben... Das bist du. Wir haben 2 Wasser. Bald Water. Wir haben 3 Wasser. 4 Wasser. Sind ein Asteroid in dem System? Den können wir mit uns einfach gammeln. Nein, können wir nicht. 4 Wasser. Wir haben... So, das habe ich schon mitgezählt, oder? Wir haben 1 Wasser. Wir haben 2 Wasser. Wir haben 3 Wasser. Wir haben 4 Wasser. Wir haben... 5 Wasser. Wir haben 6 Wasser. Wir haben 7 Wasser. Wir haben... 8 Wasser. Wir haben 8 Wasser. Das heißt, wir brauchen noch 5 Wasser irgendwo her. Wir haben 2 Kometen. Das heißt, wir brauchen noch 3 Wasser irgendwo her. Ja, das heißt, drei von unseren Welten, wahrscheinlich Level 1 Welten werden das werden, werden sich noch Hydrogenator bauen müssen. Und wir werden insgesamt wahnsinnigen Geflut brauchen. Und zwar werden wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 Flut werden wir noch bauen müssen. Fick dich. Aber okay, wir hätten ganz gerne kolonisiert. Dich. Dann hätten wir ganz gerne kolonisiert, um das Ganze auf Level 2 zu bringen. Noch eine weitere Level 1 Ressource. Und da nehmen wir Native Gold. Und dann hätten wir, um das Ganze auf Level 3 zu bringen, noch zwei weitere Level 1 Ressourcen. Ne, noch eine weitere Level 1 Ressource und eine weitere Level 2 Ressource. Dann nehmen wir Medizin. Ich nehme jetzt zuerst gezielt die ganzen Sachen, die auch Geld bringen, damit wir nicht zu sehr ins Minus kommen. Und dann brauchen wir noch zwei weitere Level 2 Ressource und drei weitere, äh, zwei weitere Level 1 Ressource und drei weitere Level 2 Ressource. Ne, warte, wir brauchen für Medizin noch ein Level 1 Ressource. Und dann brauchen wir noch insgesamt drei weitere Level 1 Ressource. Ne, fünf weitere Level 1 Ressource. Fünf, ja, fünf. Fünf weitere Level 1 Ressource. Fünf weitere Level 1 Ressource. Das ist, ähm, eins. Zwei. Die können wir nicht benutzen. Drei. Drei. Vier. Wenn wir das umleiten. Das ist ein Asteroid Belt. Okay, wir müssen in Wirklichkeit, in Wirklichkeit haben wir gerade verschissen, weil wir nicht die nötigen Level 1 Ressourcen. Vier. Wir brauchen noch eine weitere Level 1 Ressource von irgendwo her. Oder, wie viele haben wir jetzt? Wir brauchen insgesamt vier, ähm, und dann nochmal vier. Das heißt, wir brauchen insgesamt acht. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir kommen gerade so hin. Das heißt, wir können noch eine zweite Level 4 Welt aufbauen. Und dann brauchen wir noch drei weitere Level 2. Äh, dann nehmen wir einmal, dann nehmen wir zweimal, und dann nehmen wir Diplomacy, Annexplanet, Activate auf den hier. So. Dann elektrieren wir jetzt einfach mal ganz kurz die Welt hier vorne, weil wir die brauchen. Und dann können wir auch eigentlich den hier vorne noch colonisieren. Und, äh, den hier vorne holen wir uns dann irgendwann nochmal mit einem weiteren Annexplanet. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich davon ausgehen darf, dass der hier gegenstimmt. Ähm, hat schon einen dagegen geedit. Äh, welche Annexplanet Investigate, ja, Empire 10 Welt, Empire 9 Investigate. Das ist mir scheißegal in Wirklichkeit. Ähm, darum können wir uns gerade nicht dieses Jahr um. Das war uns für Relevanz. Und, ähm, wir hätten ganz gerne noch eine Annexplanet-Karte gekauft. Und damit dann auch diesen Planet hier vorne annektiert. Eine Annex-System wäre, glaube ich, fast billiger gewesen, aber egal. Dann elektrieren wir einfach mal die beiden. Ähm, ist das nämlich nicht wirklich. Wanda Refinery Fortress weg, okay. Empire 10, was ist meine Refinery Fortress? Was kann die nochmal? Warte. Ich weiß, dass sie schlecht ist, aber ich weiß nicht mehr genau, was sie kann. Ähm, Wanda's, wo ist das? Ähm, List of... Wo ist Wanda's? Hier ist nicht Wanda's. Vielleicht in Planets, dann Planet Level 4. Ist hier irgendwo was mit Wanda? Da, Wanda. Äh, List of Wanda's. Ähm, hier wäre gerne eine Liste von allen Wundern. Wie ist das Intelligence Super Network? Ach, okay. Ähm, wir werden's hier nachher sehen, wenn wir hoffentlich da unten unser Wunder hinkriegen. Wobei, ne, warte. Wir brauchen das hier hinten gar nicht. Wir haben ja hier schon eine Level 2 Ressource in der Stadt. Das ist jetzt kacke. Sie haben uns auch mit allem anderen verrechnet. Ähm, aber egal. Das ist gut, weil, äh, prinzipiell haben wir ja noch nichts davon gebaut. Aber wir können diese Annektierungen hier hinten... Äh, warum sollen wir die zurückziehen? Haben wir ein weiteres System in Möglichkeit? Die lassen wir, weil dann bringen wir die Grenze hier vorne auf ein System. Und das ist sehr schön, weil wir dann nur dieses eine System verteidigen müssen, effektiv. Ähm, wenn wir diesen Local Asteroid hier vorne noch kriegen. Vorausgesetzt natürlich. Und, äh, wir machen einfach mal wieder Play und hoffen, dass wir das alles jetzt hier so, wie wir das gerade so wunderschön geplant haben, durchkriegen. Dann hätten wir eigentlich eine sehr starke Ausgangsbasis. Und dürften uns wahrscheinlich mit zu den territorial stärksten, äh, Imperien zählen. Sind wir jetzt schon militärisch und territorial. Natürlich mit dem, der hat Einfluss und, äh, Territorium. Das sind dann halt die beiden Seiten der Münze. Ähm, das ist die Investigation. Die ist mir scheißegal. Dann können halt alle Imperien in Imperium 9 sehen. Das ist mir in Wirklichkeit egal, ob wir das können oder nicht. Wer ist das hier unten so nicht mehr interessieren? Äh, naja, aber unsere Scouts fliegen halt, ob uns das interessiert oder nicht, einfach lang. Das hier vorne ist, ähm, gegen wen stimme ich gerade? Diplomacy. Das ist Empire. Von wem auch immer ich hier gerade annektieren will, doch, es hat sich hier vorne gemeldet. Wer hat hier zwei runtergestimmt? Empire 7. Das heißt, wir stimmen hier gerade gegen Imperium 7 ab. Ähm, das heißt auch Imperium 7 liegt hier gerade an unserer Grenze. Und, äh, ja. Die Local Asteroids hier hinten, ähm, übernehmen wir auch noch. Die kriegen einfach alles mit irgendwelchen Gebäuden zugepflastert, sodass es passt. Ähm, und dann haben wir halt die Local Asteroids und das System hier vorne nicht dem Feindpreis zu geben. Und wir kommunisieren fleißig weiter. Wir kriegen sogar nicht einen totalen Wirtschaftskollaps, was ich gerade sehr schön finde. Und wir sind hier schon in ziemlich hohem Level. Ich hätte ganz gerne mal Military Sciences. Wir wollen ja auch hier in diese Richtung nicht total, äh, zurückbleiben. Ähm. Die Local Asteroids erfolgen. Das freut mich gerade wirklich, dass wir die noch gekriegt haben. Und all diese ganzen Sachen, die wir hier vorne gerade bauen, können eigentlich im Prinzip, äh, du hier vorne, du kriegst, ähm, von mir einen Meteoriten gespendet. Achso, da ist noch kein, äh, Kolonischschiff eingetroffen. Das ist ja klar gar nichts. Und dann kriegt wahrscheinlich diese Medizin hier hinten noch einen, äh, äh, noch einen davon gespendet. Äh, der Dreadmod ist noch nicht mehr hier hinten angekommen, Alter. Das dauert so lange, wenn man nicht über die Geschwindigkeit fliegen kann. Das ist, äh, naja, egal. Ähm, ist das hier vorne jetzt langsam mal für mir besetzt worden. Das erste Kolonischiff ist jetzt eingetroffen. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal beginnen, äh, unseren Kometen draufzusetzen. Wir haben jetzt sogar drei Kometen, das ist sehr schön. Ähm, prinzipiell warten wir, glaube ich, aber einfach mal eine Weile. Du hier vorne kriegst einen Kometen spendiert. Weil ich nicht eigentlich soweit war, naja, du hast den Platz. Du kriegst einen Hydrogenator und eine Megafarm. Und exportierst bitte, naja, du kannst den Labor nicht exportieren. Oh, hier sind noch ein paar Gunchips in der Nähe. Wie sieht's eigentlich mit der Annektierung? Ah, das ist auch gleich annektiert, sehr schön. Ähm, wobei, ne, warte. Wir canceln bitte die Megafarm. Ähm, das hier vorne wird da hin exportiert. Und dann haben wir den hier vorne, das Thorium. Ähm, das muss ich wirklich aufbauen, das kriegt bitte. Ähm, eine Megafarm für Level 1, dann noch eine Megafarm für Level 2. Und ein Hydrogenator, damit das Ganze existieren kann. Ne, du kriegst einen Kometen. So, Generate Water. So, ähm, und dann brauchst du noch eine Level 1 Ressource. Und du wirst dann exportiert werden nach hier hinten. Export-Tutorium. Und du kriegst irgendwann mal mein Plastics. So. Plastics wird dahin exportiert. Plastics habe ich schon besetzt. Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ähm, du hier vorne hast schon Wasser. Du kriegst noch Nahrung. Du kriegst richtig viele Megafarmen. Du kriegst eine Megafarm. Du kriegst vier Megafarmen. Ähm, Megafarm und Megafarm und Megafarm. Du kriegst einen Fisch von hinten. Das ist wesentlich sinnvoller, weil du brauchst den Platz. Und die Asteroiden hier vorne brauchen die Möglichkeiten nicht. Megafarm bauen, bitte. Was ist daran so schwer zu verstehen? Dann nach hierhin halt. Wahrscheinlich, weil ich da schon mal eine hatte und dann gecancelt habe. Ähm, und du wirst bitte den Fisch noch hier hinten exportieren. Weswegen du jetzt auch schon mal Level 1 bist, was gar nicht mal so scheiße ist. Also hier drei Megafarmen. Ähm, das Native Gold hier vorne kriegt diesen letzten Kometen. Ah, der ist außerhalb unseres System. Ja, der ist außerhalb unserer Reichweite. Wir sehen den nur. Das heißt, dieses Native Gold hier vorne kriegt von unseren Asteroiden jetzt dann das Wasser spendiert. Export Water. Und dann kriegst du eine Megafarm. Und exportierst bitte nach hier. Und dann brauchst du für das nächste Level. So, du hast jetzt eine Level 1 Ressource. Du brauchst insgesamt vier Level 1 Ressourcen. Das heißt, du kriegst noch dieses hier. Electronics. Du kriegst Wasser. Und du kriegst, sobald irgendwas hier ist. Also Kolonierschiff, komm an. Äh, eine Megafarm. So, dann haben wir das aufgesetzt. Und dann kriegst du noch zwei weitere. Soll ich mir jetzt Gedanken machen, was ich da hinschicken will? Ähm, ich will da auf jeden Fall haben. Von unseren Level 1 Ressourcen. Diese Explosives. 3x Export Explosives. Ein paar Affen für mich investigaten. Äh, kannst du vergessen.